Und herzlich willkommen zurück bei Captain Connor. Wir müssen nach Chesapeake und eine Seeschlacht führen. Für die Patrioten. Wo? Alter! Äh, Breitseite, 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 Breitseite. Ah, verdammt. Ah, okay. Na komm, na komm, na komm. So. So, eins kaputt. Volles Segel. Oh, hinter uns. Oh. Ah, noch zwei große. Schlecht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kann ich nach hinten zielen? Verdammt. Halbes Segel, halbes Segel. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Alter, los. Ne, war zu früh. So, Vollgas. Die geht nicht. Oh, da. Oh. Ah, wir brennen. Ah, wir brennen. Ah, wir brennen. Ah. Oh, oh. Oh. Nein. Das gibt's nicht. Ah. 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 ja jetzt doch nicht der Wellengang ist aber zu hart aber verdammt Dreh dich! Na, Kopf! Ziel! Ich zieh einfach zu früh. So. Ich gehe. Jetzt du dich. Ich gehe. Deine Finger. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Nein! Alter! Mann! So. So, da müssen wir jetzt nah ran. Alter, das wird nichts. Steckung! Bereit machen! Schieb! Ne! Nein! Ja, das fährt ja genau in die Schusslinie rein. Wart vorunter! Komm auch! Bereit zum Feuern! Drehwaffe, Feuer! Nicht nach! Geht unter! Och, schon wieder. Ich sehe eine Schwachstelle! Mehrere! Ja, toll. Ja, dann. Gebt mir halbe Segel! Gegen Rat hat es noch nicht! Wow! Ich sehe eine Schwachstelle! Ich sehe eine Schwachstelle! Mehrere! Ja, dann. Drei Fregatten! Das wird ein sehr, sehr knappes Rennen. Hartz-Segel! Hartz-Segel! Eine Segel! Bereit machen! Schieß! Und wie ist es denn einfach, wenn ich hier mal die Ketten nehme? Kettengeschoss. So. Lade Kettengeschosse! Lade die Geschosse! Runter! Runter! Huh! Achtung! Wow! So. Dreh dich, 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 dreh dich! Auf mein Befehl! Aufmache! Ich kann nicht auf alle drei Schiffe gleichzeitig achten. Das ist voll schwer. Und. Nein. Das ist echt ein Stift kaputt gegangen, das gibt es doch nicht. Nein, verdammt. Ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Bitte sag mir nein. Nein, okay. Ah. Jetzt müssen wir die Fregatten als erstes klein machen. Da, 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 da. Die haben ihr eigenes Schiff kaputt geschossen. Aua. Wie geht nicht? Boah, ich sehe nicht, wer hier alles schießt. Auf meine Seite. Schießt. Bereit zu feuern. Gebt mir volles Wege, Jungs. Eines Wege. Denkurs. So. Und. Und. Und Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Ja, funktioniert super. Okay, das lief jetzt nicht ganz so gut. So, das ist kaputt. Ah, verdammt. Na, okay. Die kommt hinterher. Aber erst mal. Verdammt. Die haben voll die Streumunition. und das ist immer Hardcore. Ja. Hat erstklass nicht funktioniert. Ach, nö. Sag nicht. So. Die ist weg. Bleibt mir noch die große. Ja, ist gut. Glaubst du mir schon. Alter, das geht nicht. So, und... Ah, nein! Ach! Mich sollte man echt nicht segeln lassen, das gibt's doch nicht! Das muss man irgendwie schaffen? Ja, hallo? So. Kopf runter! Kopf runter! So. Verdammt! So, haben wir eine durch Anstupsen kaputt gemacht. Achtung! Wollen wir noch einen? Da haben wir noch einen! Verdammt! Nein! Ja, hat super funktioniert. So, der weg! Sie geht runter! Halbe Segel, Männer! Sie runter auf halbe Segel! Sie runter auf halbe Segel! Und Feuer! Sie! Sie warten, Feuer! Ah, ah, Kopf runter! Feuer frei! Wir haben eine Schwachstelle! Ich sehe es! Ach so, die hat eine Schwachstelle und die nicht. Okay. Ah, das muss doch irgendwie funktionieren! Bereit zu feuern! Der warte. Ich bin zuber! Der warte! Ich bin so! Ich bin so. Ich bin schubert! Ich bin so! Ich bin so. Ich bin so. Ja, das gibt es doch nicht. Ja, einen haben wir. Ich kann nicht. Das ist... Keine Chance. Keine Chance. Ja, ich würde sagen, dann im nächsten Part versuchen wir es nochmal. Könnte ich jetzt mal kurz stoppen. So. Im nächsten Part schauen wir da mal, ob wir irgendwie diese Flotte klein kriegen. Bis dahin. Tschau. 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 Tschau.